Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweis und gemeinsam mit meinem Kollegen, Herrn Marco Metzger, darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Kapitalmärkte und strategische Vermögensverwaltung. Was waren die Bewegungen an den Kapitalmärkten? Welche Themen werden diskutiert? Und was Sie als Investor natürlich am meisten interessieren wird, wie sind denn die beiden Strategien, Faktor Portfolio und Faktor Depot, positioniert, um diesem Umfeld gerecht zu werden? Wir werden Ihnen selbstverständlich die Aufzeichnung der Online-Konferenz im Nachgang zur Verfügung stellen und inhaltlich haben wir es so aufgeteilt, dass ich eher den makroökonomischen Teil übernehmen werde und, Herr Metzger, konkret die Details zur Portfolio-Positionierung. Die Dauer peilen wir mal mit rund 30 Minuten an. Die Themen im Überblick, wir schauen zunächst kurz auf die Konjunktur, dann auf die Inflation, die ist natürlich immer sehr wichtig, auch für die Geldpolitik. Die Geldpolitik ist wichtig für die Wechselkurse und die Wechselkurse haben wiederum Einfluss auf die mögliche Inflationsentwicklung. Und warum die Europäische Zentralbank sich hier in einer Zwickmühle befindet, das werden wir uns in diesem ersten Teil anschauen. Dann die Entwicklung an den Kapitalmärkten, was haben denn die großen Vermögensklassen getan, was war bei globalen Aktien, wie sah es bei den europäischen Renten aus und wie sind die Strategien von ihrer Wertentwicklung in dieses Marktumfeld einzuordnen. Dann, was waren die bestimmenden Themen an den Märkten und was waren Treiber in den Strategien, also auch der Blick hier konkret in das Portfolio und Positionierung der Strategien, das zieht sich als roter Faden durch. Also, das sind die Themen, die wir uns betrachten werden. Und wir schauen zunächst mal auf Deutschland. Und Sie kennen diesen Spruch, ich glaube, von einem bekannten deutschen Dichter, ich weiß nicht mehr, Goethe oder Schiller, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht und ich will das jetzt gar nicht auf das politische Umfeld hier projizieren, sondern es geht viel eher darum, dass wir uns anschauen, wie ist denn die Stimmung bei den deutschen Unternehmen. Und ein sehr, sehr guter Indikator seit einer langen Zeit ist hier der sogenannte IFO-Geschäftsklimaindex. Dort befragt man Unternehmen zum einen zu ihren Erwartungen an die nächsten sechs Monate, das sehen Sie hier in blau abgetragen, und zur aktuellen Lage, das sehen Sie in rot und zusammengesetzt eben dann hier in Türkis, dieser IFO-Geschäftsklimaindex, den Sie auch oft in den Medien finden. Und wenn wir zunächst auf die Zeitreihe hier oben blicken, dann sehen wir, dass wir uns schon längere Zeit in einem Abwärtstrend beziehungsweise in einem Seitwärtstrend auf sehr, sehr negativen Niveau befinden. Aber jüngst, und das sehen Sie hier unten bei diesen Balken, das jeweils die Monatsdaten, hier können wir eben sehen, dass zumindestens auch mal dann die Erwartungskomponente zwei Monate in Folge nach oben gerichtet war und jetzt auch jüngst die Datenpunkte insgesamt nach oben gerichtet. Also ich spreche die Lage in Deutschland. Wir sind zwar sehr gut dabei, unsere Schulden deutlich niedriger zu halten, als zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben ja ein Defizit von rund sieben Prozent, also die man mehr ausgibt, als man einnimmt, um die Wirtschaft zu stimulieren. Auch viele europäische Nachbarländer hier mit Defiziten, aber durch diese Defizite schafft man es eben, die Wirtschaftsleistung entsprechend hochzuhalten. Und Deutschland, hier steht aktuelles Thema Schuldenbremse im Fokus. Auch die Regierung natürlich mit den bekannten Themen, die sie alle aus den Schlagzeilen und Nachrichten kennen. Und das zeigt eben, dass Deutschland momentan mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen hat. Manche exogene Schocks, manche hausgemacht, manche auch politisch und strukturell nicht richtig angegangen über die letzten 15 bis 20 Jahre. Und das führt eben dazu, dass Deutschland momentan im internationalen Vergleich der Industrienation momentan fast ganz hinten rangiert. Als Einwohner in diesem Land ist das natürlich negativ, weil wir leben hier. Als Steuerzahler ist das vielleicht perspektivisch auch schlecht. Und die Perspektive als Anleger, die ist eine andere, weil wenn ein Unternehmen in Deutschland seine Produktionskapazitäten schließt, beispielsweise nach Polen, nach Kanada oder nach Mexiko abwandert, dann kann mir das als Aktionär egal sein. Vielleicht profitiere ich sogar von gewissen Verlagerungseffekten. Aber der Standort Deutschland, der leidet natürlich, weil geringer die Wertschöpfung in Deutschland, desto geringer ist das Volumen, auf das sie Sozialabgaben erheben können und auf die Steuern extrahieren können. Und das natürlich auch langfristig nachteilig für die Staatsverschuldung. Von daher, als jemand, der in diesem Land wohnt, eine eher kritische Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt, man hofft, dass die Probleme erkannt sind. Als Anleger kann man sich hier anders positionieren. Und hier, Marco, beispielsweise für das Faktor-Portfolio, kannst du vielleicht mal zeigen, wie das Portfolio hier allokiert ist. Ja, Christoph, vielen Dank für die kurze Einleitung an der Stelle. Du lieferst gute Argumente, warum wir ja auch damals die Strategie schon als globale Strategie aufgelegt haben. Faktor-Portfolio ist ja inzwischen elf Jahre alt. Faktor-Depot sind wir, glaube ich, im zehnten Jahr. Ja, die aktuelle Positionierung sieht so aus, dass wir in Nordamerika etwas mit 50 Prozent gewichtet sind, roundabout. Europa mit knapp 20 Prozent deutlich niedriger. Wir sehen also hier, die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist für uns als globale Investoren nicht federführend wichtig, sondern wir sind global investiert, breit gestreut, haben inzwischen auch Asien-Pazifik-Becken mit knapp 20 Prozent in der Strategie beigemischt. Wenn wir ein Stück weit durch diese Positionierung durchschauen und unseren Blick auf die rechte Seite lenken, habe ich Ihnen mal mitgebracht, die größten Einzelpositionen. Da dürften Ihnen viele bekannt vorkommen, ja auch in der Presse in letzter Zeit häufig gewesen, ob es eine Microsoft, eine NVIDIA oder auch Apple sind, die Sie jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch leicht korrigiert haben. Wie Sie anhand der Größenordnung sehen, sind wir hier gewichtet. Allerdings sind wir hier auch so gewichtet, dass wir weit weg davon sind, Klumpenrisiken oder Ähnliches mit Ihrer Strategie einzugehen, sondern das Ganze eben sehr breit diversifiziert. Wenn wir dann zurück nach Europa kommen, konkret zur Eurozone, hier mal mitgebracht, die Inflationsrate. Sie wissen, es gibt die klassische Inflationsrate, die beinhaltet Energie, Nahrungsmittel und die Kerninflationsrate, die sind diese volatilen Komponenten außen vor. Sie sind auch wiederum im oberen Chart, die Entwicklung im Zeitablauf und sie stellen auch fest etwas Ungewöhnliches. Normalerweise in vielen Fällen ist es so, die klassische Inflationsrate ist höher als die Kerninflationsrate. Das hat sich geändert. Wir sehen, dass aktuell die Kerninflationsrate immer im Vorjahresvergleich berechnet höher ist als die Inflationsrate selbst. Das sind sogenannte Basiseffekte, die auch mit dem Energiethema zusammenhängen. Aber für die Europäische Zentralbank wichtig, hier unten diese Monatsveränderung und da sehen Sie eben auch die Kerninflationsrate, die zeigt sich in der Monatsveränderung doch relativ stabil und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, der noch nicht klar abzugreifen ist. Inwieweit werden wir Zweitrundeneffekte aus Tariflohn und weiteren Themen sehen, die dazu führen, dass eben steigende Löhne die Unternehmen weiterhin zwingen, Preise zu erhöhen, steigende Preise. Natürlich auch wieder ein Effekt auf die Inflationsrate. Also das Thema gilt es hier im Blick zu halten. Gleichzeitig auch die Kreditvergabepraxis der Banken natürlich wichtig, weil in unserem Geldsystem wird ja im Wesentlichen das Geld in der Realwirtschaft nicht durch die Notenbanken geschaffen, sondern über den sogenannten Kreditvergabemultiplikator der privaten Banken. Von daher, die Kreditvergabe sollte man neben der Entwicklung der Löhne auf dem Schirm haben. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, Sie sehen es, wir kommen von zweistelligen Leveln bei der Inflationsrate. Thema Energiepreisschock natürlich. Jetzt kamen wir deutlich nach unten. Zielgröße ist ja um die 2%. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann kann man die Zinsen ja senken. Insbesondere, wenn die Lokomotive, die eigentliche Lokomotive in Europa mit Deutschland aktuell schwächelt. Aber Sie sehen schon diese Thematik, der Wechselkurs des Euros gegenüber dem US-Dollar, da schwingt natürlich mit, dass eigentlich die Erwartungshaltung war, die US-Notenbank wird die Zinsen senken, bevor die Europäische Zentralbank die Zinsen senken muss. Aber wenn wir die Daten in den USA betrachten, ja, es ist vieles schuldenfinanziert, aber am Ende des Tages, die amerikanische Wirtschaft in vielen Fällen deutlich positiv überrascht, in Relation zu den Erwartungen. Nun, die Komponente, könnte die gute Wirtschaftslage, der gute Arbeitsmarkt, der stabile Einzelhandel und viele weitere Faktoren dazu führen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen später senkt und im Euro senken wir die Zinsen früher, dann belastet das natürlich aus dieser fundamentalen Perspektive den Euro, führt also zu einem schwächeren Außenwert des Euros. Warum ist das ein Problem? Naja, unter anderem aus diesem Thema, was wir uns gleich noch anschauen, bevor wir zu Marco zurückspringen, weil natürlich die Rohstoffpreise in der jüngeren Vergangenheit, das sehen Sie hier, auch angestiegen sind, beziehungsweise sich auf einem hohen Niveau bewegen und Sie wissen ja, Rohstoffe werden tendenziell im Dollar faktoriert, wenn also der Euro gegenüber dem Dollar abwertet, gleichzeitig die Rohstoffpreise auf einem hohen Niveau sind, dann wird es teuer, dann haben wir eine sogenannte importierte Inflation und das ist natürlich wieder negativ für die geldpolitische Stabilität der Europäischen Zentralbank. Also auf der einen Seite, die Wirtschaft schwächelt etwas, plus die Gesamtschuldensituation, spricht für fallende Leitzinsen, auf der anderen Seite fallende Leitzinsen bei hohen US-Leitzinsen, führt zu einem schwachen Euro und das hat wiederum Komponenten, die die Inflation begünstigen und das auch wiederum ein Aspekt, warum wir glauben, dass es Sinn macht, sich global aufzustellen und man sieht das hier auch sehr gut beim Thema Währungsallokation. Genau, was wir Ihnen hier mitgebracht haben, ist nochmal die Gewichtung zum einen nach Anlageklassen, hier vielleicht, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, haben wir ja mit der Strategie Factor Portfolio eine Strategie aufgelegt, die zu strategisch 60 beziehungsweise 65 Prozent in Aktien investiert und der Rest ist dann in Anleihen und Geldmarkt allokiert. Aktuell aufgrund der gestiegenen Aktienmärkte der letzten Wochen und Monate liegen wir bei 67,5 Prozent in etwa, was die Aktienquote angeht und 32,5 Prozent in Renten. Hier machen wir quasi regelmäßig ein Rebalancing, um die Ursprungsquoten dann auch wieder herzustellen. Bei Factor Depot sind wir im Grunde ja in einer ähnlichen Struktur, allerdings mit 40 Prozent Aktienquote und 60 Prozent Anleihen beziehungsweise Geldmarkt. Beide Strategien, Sie sehen es auf der rechten Seite, sind auch währungsseitig bunt allokiert. Das heißt, die Schwerpunkte liegen hier im Euro und im US-Dollar. Aktuell sind wir mit knapp 27 Prozent, 26,6 Prozent im Euro investiert und 48 Prozent im US-Dollar, während sich die restlichen Prozente dann bunt in einem globalen Währungskorb verteilt wiederfinden. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Thema, um zu sehen, der deutsche Aktienmarkt insgesamt, also nicht nur der DAX, sondern der deutsche Aktienmarkt insgesamt, macht rund drei Prozent der globalen Aktienmarktkapitalisierung aus. Das heißt, wer global diversifiziert, um auch sich global in die Erlösströme der Unternehmen einzukaufen, hat auch automatisch einen entsprechenden Fremdwährungsanteil mit im Portfolio. Ja, die Rohstoffe haben wir gesehen. Kommen wir zu den großen Vermögensklassen. Sie erinnern sich vielleicht, im Mitte des Oktobers letzten Jahres hat man noch vom Schocktober geredet. Also, beide große Vermögensklassen haben sich negativ entwickelt. Danach ging es sehr, sehr stark nach oben. Diese starke Entwicklung hat sich im ersten Quartal erst mal fortgesetzt, aber Sie sehen schon im Blau dargestellt, die Entwicklung der letzten vier Wochen. Abschläge rund drei Prozent im globalen Aktienmarkt der Industrienationen. Dennoch seit Jahresbeginn noch ein Plus. Wir sehen die Schwellenländer insgesamt nun auch seit Jahresbeginn nur noch leicht positiv. Gold mit einer sehr positiven Entwicklung, auch wenn man hier von den Höchstwerten schon wieder zurückgesetzt hat. Grund natürlich zum einen, dass die Notenbanken ihre Stände aufgestockt haben. Zum anderen muss man sagen, gab es auch eigentlich viele Argumente, wie den starken Dollar, die hohen Nominalzinsen, die hohen Realzinsen im Dollar, die gegen den Goldpreis gesprochen haben. Trotzdem hat sich Gold gut entwickelt. Also das war ein bisschen ungewöhnlich und man wird jetzt schauen, wo sich das Ganze einpendelt. Dann Rohstoffe eben schon als Thema besprochen und Sie sehen eben auch diesen Gegenwind, den wir angesprochen hatten. Bei den Anleihen, wenn wir mal hier den europäischen Anleihenmarkt betrachten, seit Jahresbeginn minus 1,5 Prozent, das sind im Wesentlichen Staatsanleihen und je mehr Kreditrisiko sie bei Anleihen enthalten haben, also Unternehmensanleihen auf Hochzinsanleihen und ähnliches, je mehr Kreditrisiko, desto besser war die Entwicklung in Relation zu den sicheren Staatsanleihen. Warum? Weil die Erwartung, dass die Zinsen nicht so schnell fallen, lässt sichere Anleihen fallen, aber die positiven Konjunkturaussichten sorgen dafür, dass Kreditrisikoprämien fallen und deswegen sind die Unternehmensanleihen haben sich besser gehalten, als wir das bei den Staatsanleihen gesehen haben. Genau, Euro-Dollar, der Wechselkurs, wir haben es angesprochen, im Jahresverlauf minus 3,15 Prozent, auch hier natürlich die Thematik Währungsprognosen abzugeben, aus unserer Sicht schwer möglich. Ein guter Volkswirt hat mal gesagt, ich habe 30 Modelle zum Euro-Dollar-Wechselkurs und je nachdem, wann ich ins Fernsehen eingeladen werde oder wann eine Zeitung eine Prognose haben will, ziehe ich das Modell aus dem Hut, was die aktuelle Situation am besten abgreift. Ich weiß nur nie genau, welches meiner 30 Modelle gerade das Richtige ist. Ansonsten, was wir gesehen haben, das ist ein Index, der die Risiko-Aversion misst. Vereinfacht gesprochen, hier war die Risiko-Aversion sehr hoch, hier war die Risiko-Aversion sehr niedrig und im Einklang mit guten Aktienmärkten und niedrigen Kredit-Risiko-Prämien für die Anleihen haben wir eine niedrige Volatilität gesehen. Die Stimmung der Anleger war sehr gut. Jetzt wieder etwas Verunsicherung, der amerikanische Light-Index S&P 500, wird ja mal 5% zurückgesetzt. Wir wissen, statistisch sind 10, 12, 13% Rückgang nichts Besonderes, nur der Grundwechsel und von daher muss man sagen, jetzt momentan eher das Zurücklaufen von etwas viel Euphorie und da ist das auch erst mal positiv zu werten. Wenn wir uns dann die Strategien im aktuellen Marktumfeld anschauen zu den gezeigten Renditen, Marco, was sehen wir dann? Genau, also was wir sehen können, hier am Beispiel das Faktor-Portfolio, allerdings sind das die Daten zum 31.03. Da ist also dieser Kursrückgang der letzten drei Wochen noch nicht abgebildet. Was wir dennoch sehen können, ist quasi ja die grundsätzlich sehr positive Wertentwicklung, die im Grunde im Oktober des letzten Jahres begann, als die Aktienmärkte quasi angefangen haben zu steigen und wir sehen dieses Jahr steht die Strategie per 31.03. bei 6,1% plus. Vergangenes Jahr ist die Strategie eben durch das sehr starke vierte Quartal noch geendet bei 10,1% im Plus und das sind die positiven Entwicklungen, die wir quasi hier ablesen können. Genau, wichtig an dieser Stelle noch, was wir Ihnen hier immer zeigen, die Marktindizes sind ja das eine. Was wir hier machen, Lipper ist ein, neben Morningstar, der größte Datenlieferant für Investmentfonddaten und man schaut sich eben die Kategorie an von Strategien, die global investiert mit einem sogenannten Wachstumsfokus. Typischerweise sind das eben Strategien ab 65% Aktienquote aufwärts und genau da, das zur Einordnung, wo liegt man da? Und ich denke, was auch noch interessant ist, natürlich kein Anleger ist zufrieden mit der absoluten Entwicklung im Jahr 2022, minus 10% ist natürlich absolut gesehen negativ, relativ bewegt man sich natürlich im Markt und da sehen Sie, dass man es ganz gut geschafft hat, besonders über aktive Entscheidungen auf der Anleihenseite das Minus zu reduzieren und das Ziel in einer guten Strategie ist immer, dass Sie nach oben, wenn Sie es schaffen, nach oben die Rendite, Ihre Rendite-Risikumgebung annähernd mitzunehmen und nach unten etwas weniger verlieren, dann sind Sie aus diesem Zusammenspiel von wie viel nehme ich mit, wenn es hoch geht und wie viel verliere ich, wenn es runter geht, wenn Sie das immer schaffen, da eine vernünftige Relation zu haben, dann ist das eigentlich ein Erfolgsrezept für die langfristige Entwicklung. Damit wird man nie in einzelnen Jahren ein außergewöhnliches Ergebnis erzielen, aber wenn Sie in jedem Jahr ein konstant gutes Ergebnis erzielen, dann addiert sich das natürlich positiv auf und das gleiche nochmal hier für Faktor Depot. Genau, Faktor Depot, klar, weniger Aktienquote, heißt in diesem Kalender ja auch etwas weniger Rendite in Relation zu dem Faktor Portfolio, was wir uns eben angeschaut haben. Faktor Depot liegt dieses Jahr bei 3,5 Prozent plus, letztes Jahr mit 8,2 Prozent auch eine sehr erfreuliche Wertentwicklung, die eben schwerpunktmäßig im vierten Quartal entstanden ist, was Christoph eben ja schon angesprochen hatte, auch hier dargestellt, im Jahr 2022 die Wertentwicklung damals bei minus 9 Prozent in Relation zur Lipper Group, damals eben eine sehr erfreuliche, aus Portfolio-Manager-Sicht, eine sehr erfreuliche Wertentwicklung, weil wir uns da relativ zur Lipper Group doch deutlich besser und stabiler halten konnten, wenn gleich eine minus 9 Prozent natürlich für jeden Anleger nicht unbedingt die Zielrendite ist, aber es gibt eben Phasen am Kapitalmarkt, da ist es eben sehr schwierig, bis hin zu unmöglich, positive Renditen zu erzielen und unser Ziel ist es, in diesen Phasen eben den Schmerz so gering wie möglich zu halten für einen jeden Anleger. Genau. Dann nochmal im Detail, natürlich das auch interessant, auf Basis von Modellportfolios, woher kamen die konkreten Ergebnisse? Genau, also was Sie diesen Zahlen hier entnehmen können, wenn Sie Ihren Blick zunächst auf die linke Seite richten, hier dargestellt das Faktor Portfolio, Christoph hat vorhin die Renditen dieses Kalenderjahres beschrieben. Was waren gute Anlageklassen? Gerade der Aktienmarkt dieses Jahr sehr, sehr stark gelaufen, während der Anleihemarkt doch noch etwas Schwierigkeiten hatte und genau das kann man auch diesen Zahlen hier entnehmen. Das heißt, was Sie sehen können, die Performance der Strategie Faktor Portfolio per 31.03. lag bei 6,2 Prozent. 66,4 Prozent ist der durchschnittliche Anteil der Aktienquote in diesem Kalenderjahr gewesen. Die Aktien selbst haben eine Performance erzielt, also die Aktien, die tatsächlich in der Strategie sind, in Höhe von 9,79 Prozent. Jetzt sind Sie allerdings nicht mit 100 Prozent in Aktien investiert, sondern eben in Anführungszeichen nur mit 66,4 Prozent, sodass gewichtet quasi eine Rendite oder ein Gesamtergebnis dasteht von 6,2 Prozent, da wir auf der anderen Seite eben die Anleihen mit 33,6 Prozent allokiert haben und diese quasi das Portfolio bis Ende des ersten Quartals leicht belastet haben mit einem Minus von 0,55 Prozent. Und das sieht man vielleicht an der Stelle noch gut. Sie erinnern sich an die Entwicklung der Anleihen vorhin bei den Märkten, die stärker im Minus, das heißt relativ gesehen, hat der Anleiheteil hier weniger verloren als beispielsweise der typische Marktindex, der Barclays Euro Aggregate. Ähnlich die Darstellung dann auf der rechten Seite zur Erinnerung nochmals Faktor Depot eben eine geringere Aktienquote mit lediglich 40 Prozent. Die Aktien hier haben eine positive Entwicklung genommen von 9,86 Prozent, also beide Strategien hier annähernd gleich auf, allerdings hier die niedrigere Gewichtung, sodass wir quasi bei der Rendite fürs erste Quartal enden in Höhe von 3,77 Prozent, weil eben knapp 60 Prozent der Gesamtallokation investiert ist in Anleihen und Anleihen haben einen Beitrag geleistet von minus 0,33 Prozent. Genau. Wichtig ist, nochmal hier, das sind Daten direkt aus dem Portfolio-Management-System. Das heißt, da sind jetzt keine individuellen Betrachtungen drin, keine Handelskosten oder ähnliches. Das heißt, für die Entwicklung schauen Sie bitte immer auf das Monats-Fact-Sheet. Da sind dann auch die Kosten entsprechend drin und da ja viele von Ihnen auch zum Beispiel laufend in die Portfolios hinzuzahlen oder auch mal, wenn der Markt mal zurücksetzt, sich entscheiden, nochmal nachzuzahlen, wird Ihre individuelle Entwicklung immer ein bisschen abweichen und tendenziell sind wir ein großer Freund davon, auch nochmal Portfolios laufend zu besparen, um hier quasi weiterhin Vermögen aufzubauen, aber natürlich zusätzlich nochmal in Stressphasen lohnt es sich immer in breite Strukturen nachzukaufen. Was wir noch haben, bevor wir auf die Zinsen schauen, das war einer der großen Treiber natürlich auch und was Sie hier sehen, das ist auf der Hochachse, das ist jeweils der Zins für deutsche Bundesanleihen verschiedener Restlaufzeit. Also und das zu verschiedenen Zeitpunkten. Das heißt, vor sechs Monaten hat man gesagt, na gut, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen 2,8 Prozent und dann sehen Sie hier diese Rendite vor sechs Monaten. Dann sehen Sie aber beispielsweise vor drei Monaten, Sie erinnern sich an diesen Hype mit unheimlich vielen Zinserwartungsfantasien im vierten Quartal war die Rendite nur noch bei 2,2, 2,2 Prozent. Und jetzt sehen Sie in der jüngeren Vergangenheit die Daten dann vor drei Monaten, sorry, vor einem Monat in rot und die jüngsten Daten in blau. Da sieht man eben, dass etwas von dieser extremen Erwartungshaltung fallender Zinsen und Renditen ausgepreist wurde. Deswegen lesen Sie auch aktuell wieder an der Zeit, dass zum Beispiel die Finanzierungen für Baufinanzierung auch jüngst wieder angestiegen sind und das ist natürlich ein wichtiges Thema nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Man stellt eben fest, dass überzogene Zinssenkungsfantasien ausgepreist werden und das hat natürlich Konsequenzen. Und wenn wir uns die Rentenmärkte aktuell anschauen hier auf der linken Seite, dann sehen Sie Hochzinsanleihen, die eben von der Bonität schwächer aufgestellt sind. Da sind die Renditen auf Index eben aktuell 6,7 Prozent bei nachrangigen Bankanleihen 4,5 Prozent Unternehmensanleihen Investment Grade 3,6 Prozent und wenn Sie das mal zum Beispiel hier nehmen aus Zeiten von vor der Zinswende, da haben Sie für diese gleichen Anleihen, für Unternehmensanleihen guter Bonität einen Zins von 0,3 vielleicht 0,4 bekommen. Das heißt, hier hat sich das Komma um eine ganze Stelle verschoben. Das ist natürlich auch ein interessantes Thema an dieser Stelle. Das heißt, der Zins ist zurück, hat natürlich auch wieder seinen Effekt im Portfolio, speziell natürlich auch Staatsanleihen haben natürlich die Bedeutung, das darf man nicht vergessen, in Rezessionsphasen zu stabilisieren, auch eine Quelle für ein Rebalancing zu bieten, weil wenn ich Aktien kaufen will, dann muss ich es ja irgendwo hernehmen als Anleger, aber natürlich auch das Thema geopolitische Konflikte, man darf es nicht außen vor lassen, das Thema Russland, Ukraine mit Sicherheit noch ein Punkt, der nicht vorbei ist und von daher die Anleihen haben zwar aktuell mit Gegenwind zu kämpfen, Stichwort die Veränderung der Zinsstrukturkurve, wie eben gezeigt, aber man muss auch sagen, im Portfolio-Kontext sind sie natürlich ein Stabilisator und gekoppelt mit dem physischen Edelmetallbesitz, den wir ja auch seit 2007 sehr, sehr stark propagieren, kommt dann eine sehr gute Mischung zusammen, physische Edelmetalle ja hier im Portfolio nicht allokiert, warum, das wissen sie, weil wir uns hier am Strategieansatz auch an Prinzipien des norwegischen Staatsfonds orientiert haben und der ist eben fokussiert im Wesentlichen auf Aktien als Renditegenerierer, auf Anleihen für die Stabilität und als Quelle für das Rebalancing, ein bisschen illiquider haben die noch mit drin, aber daher auch der Grund, warum sie in allen Strategien typischerweise physische Edelmetalle finden, außer bei den Faktorstrategien, weil sie hier eben per Design ausgeschlossen sind, was auch für sie natürlich die Transparenz erhöht in der Einordnung der Portfolios. Dann vielleicht noch kurz die Kennzahlen, Marco, im Portfolio und die Funktion der einzelnen Anleihsegmente. Genau, also hier nochmal die Positionierung des Warenkorbs Renten Schrägstrich Anleihen. Was Sie von der Zusammensetzung hier sehen können, ist, dass wir mit knapp 64 Prozent aktuell in Staatsanleihen investiert sind. Staatsanleihen, wie von Christoph eben schon erwähnt, bieten ja unterschiedliche, sind aus unterschiedlichen Gründen im Einsatz auch im Portfolio, unter anderem eben auch als Schutz vor Krisen, möglicherweise auch Kriegen und deswegen sind Staatsanleihen bei uns auch typischerweise mit einer etwas längeren Laufzeit allokiert, während die Unternehmensanleihen im Gegensatz, die etwas höhere Rendite aktuell bieten, kürzere Laufzeiten haben. Unternehmensanleihen sind momentan mit knapp 23 Prozent in der Strategie allokiert. Insgesamt kann man sagen, das sehen Sie hier auf der rechten Seite, ist die aktuelle Rendite des Rentenportfolios etwas über halb der Rendite der Benchmark. Wir haben momentan eine Rendite im Portfolio gerechnet auf den Gesamtwarenkorb der Anleihen von 3,73 Prozent, das Ganze bei einer Duration von 4,63. Jetzt werden viele von Ihnen sagen, Duration, was ist das eigentlich, ist für uns im Anleihemanagement eine sehr wichtige Kennzahl, die eben zeigen oder zeigt, wie sensibel unser Warenkorb der Anleihen reagiert auf Zinsänderungen, typischerweise wenn Zinsen steigen, das ist das, was wir in den letzten Monaten beziehungsweise Jahren gesehen haben, wenn Zinsen steigen, dann geraten Anleihen unter Druck, das heißt, man ist eher auf der Seite zu sagen, ich will eigentlich eine kleine oder kurze Duration haben, wenn Zinsen fallen, bieten Anleihen mit einer höheren Duration eben auch entsprechende Chancen und unsere Duration im Portfolio liegt aktuell mit 4,63 ebenfalls etwas oberhalb der Duration der Benchmark. Genau, die Idee natürlich auch, es gibt ja immer wieder die Anleger, die sagen, ich bleibe im Tagesgeld, also quasi Duration null und bevor die Zinsen fallen, wechsle ich dann schnell in die Anleihen hinein, da muss man aus der Empirie leider sagen, das ist ähnlich wie am Aktienmarkt, wenn sie sagen, ich habe keine Aktien, ich kaufe sie erst, wenn sie steigen und ich verkaufe sie bevor sie fallen, dann wissen wir zu welchen Anlageergebnissen das führt, von daher muss man sagen, es geht kein Weg an den Anleihen vorbei und jetzt haben sie in den letzten Monaten weniger Freude gemacht, aber es wird mit Sicherheit wieder die Phase kommen, da werden sie große Freude machen, weil zumindest historisch, wenn wir derartige Renditen hatten und eine Konstellation, wie wir sie nun haben, konnten Anleihen nach vorne hin typischerweise einen guten Beitrag für die Portfolio Allokation richten, das heißt auch hier wird man schauen, wann wird man vielleicht sogar mal die Restlaufzeit verlängern, aber darüber würde man sie dann natürlich auch in den Webinaren respektive in den Monatsberichten passend informieren. Was wir noch haben, auch das da ist nochmal mitgebracht, weil sie lesen es ja momentan täglich in der Zeitung, wir haben Berichtssaison, speziell die großen Tech-Konzerne stehen natürlich im Fokus und was wir hier mal noch darstellen, das ist in Türkis-Blau, das ist die Gewinnrendite für den S&P 500, also den Leitindex in den USA, man kann eigentlich fast sagen, die Unternehmen, die da drin sind, die sind eigentlich auch die Leitwerte auf globaler Ebene, das war auch das, was sie natürlich vorhin im Aktienkorb hier bei den Faktorstrategien gesehen haben, also Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia und Co. Und diese Gewinnrendite ist das umgekehrte Kurs-Gewinn- Verhältnis, also wenn ich das 14-fache eines Jahresgewinns bezahle für die Aktie, dann entspricht es einer Gewinnrendite von 7% und was wir hier alternativ anschauen, in, naja, diesem Dunkelblau, das ist die Rendite von Unternehmensanleihen, guter Bonität mit einem sogenannten A-Rating, Laufzeit von 5 Jahren und da sehen Sie mal, wenn Sie sich das beispielsweise in den Jahren 2019, 2020 betrachten, dann sehen Sie, da war immer eine relativ große Differenz, also sprich, die Renditen waren ganz in Ordnung, irgendwann waren sie nicht mehr in Ordnung, besonders dann in der Corona-Phase waren sie unheimlich niedrig und da gab es viele Argumente dafür zu sagen, naja, ich kaufe lieber mehr Aktien, weil ich gebe weniger sichere Rendite auf, also den Zins, wenn ich Aktien kaufe, ich habe niedrige Opportunitätskosten. Das hat sich jetzt natürlich mit der Zinswende und den steigenden Aktienmärkten deutlich geändert und jetzt sehen Sie eben auch, dass das sehr eng beisammen liegt. Manche vergleichen gar die Rendite dreimonatiger US-Staatsanleihen mit der Aktienmarktrendite, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil Sie sehen schon, die Fristigkeit ist ganz unterschiedlich, von daher, das macht, ist wie gesagt, ein bisschen irreführend und zu plakativ, von daher eher der Vergleich mit den Unternehmensanleihen ist da sinnvoller und da sehen Sie eben, die Situation ist eine andere und daher auch klar, warum man momentan auf die Gewinnentwicklung schaut, weil die jüngsten Kursgewinne an den Aktienmarkt, man im Wesentlichen auch Bewertungsausweitung, also die Aktienkurse sind gestiegen, weil man die Bewertungen hat steigen lassen und nun müssen natürlich bei steigenden Zinsen müssen natürlich die Gewinne diesen Bewertungsanstieg untermauern, sodass die Aktien auch wieder günstiger werden und deswegen liegt momentan der starke Fokus auf der Berichtssaison in den USA, weil Zinsen hoch und nun müssen auch die Gewinne mithalten, weil sonst der Aktienmarkt optisch zu teuer erscheinen könnte. Also das, die Idee dahinter für den strategischen Anleger ist das eher nachrangig, also jemand, der auf drei, fünf Jahre aufwärts denkt, aber für die taktische Positionierung muss man sagen, da hat sich aus der Perspektive Aktienanleihen schon natürlich etwas deutlich verändert im Vergleich zur Null- und Negativzinsphase, Thema Opportunitätskosten sind wieder da. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch an der Stelle gewesen sein, wie immer dürfen wir Sie mit einem Gruß aus der Rechtsabteilung in den Abend entlassen, die Themen, die hier draufstehen, die sind, ich glaube, Ihnen allen klar, ich hoffe, wir konnten Ihnen die wesentlichen Punkte vermitteln zu den Faktor-Strategien, grundsätzlich gilt natürlich immer der kurze Draht zu uns im Haus, um Details zu besprechen oder natürlich auch zu Ihrem Berater allgemein, der ist ja auch immer da, von daher, ich denke, an dieser Stelle, wir haben keine Fragen, können wir auch die Online-Konferenz an dieser Stelle beenden, 18.34 Uhr, ich würde mich von Ihnen verabschieden und auf Ihnen einen schönen Abend wünschen. Guten Abend.